Natürlich gehe ich vegan, weil es gibt keine andere Lebensweise. Bist du vegan? Schubelose Mörder! Jetzt ein alter Klassiker! Treffen sich zwei Jäger! Beide tot! Treffen sich zwei Jäger! Beide her! Keine Gewissheit, nur ein Wasserstein! Keine Gewissheit! 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 Es ist einfach eine Schande, dass im Jahr 2023 immer noch Dinge existieren, wie Auslösung und die Hüftejagd, wo Jagd einfach zum Spaß stattfindet. Es hat überhaupt nichts mit Jäger und Trägen zu tun. Die meisten hier tragen ja auch echt Pelz, der hier im Kauser entwendet wurde. Das ist hier auch gar kein Jäger-Pelk. Die Türe werden auch geschlachtet, so hunderttausend. Das ist hier auch ein Jäger! Ich bin ein Jäger-Pelk. Jäger, bis an! Jäger, bis an! Das darf gar nichts! Das darf gar nichts! So, holen Sie mich, da braucht jemand Handwerner von euch! Gehebten Handwerner... Es gibt noch eine Gegendemonstration, Sophia, was sagst du dazu? Also natürlich, wir sind hier nur wegen dem Wald und nicht unbedingt, weil wir jagen. Unsere Eltern oder Stiefeltern waren Jäger, deshalb verstehen wir das. Aber ich bin Vegetarierin und man ist vegan, deshalb ist das was anderes. Ich bin auch vegetarisch, also ich will auch kein Fleisch essen wegen den Tieren per se. Aber es ist eher wegen dem Wald, dass wir hier sind. Bist du vegan? Oh, sei! Jäger verpisst euch! Gruppelose Männer, Jäger sind. Gruppelose Mörder, Jäger sind. Gruppelose Mörder, Jäger sind. Jäger verpisst euch! Jäger verpisst euch! Vielen Dank.